So, weiter geht's mit der fünften Welt. Nachdem die vierte Welt das Schlimmste war, was ich jemals erlebt habe, in Mario spielen. Und es kommen auch noch tänzelnde Pflanzen. Das ist doch nicht den Ernst, oder? Ihr wollt mich fertig machen. Ihr wollt mich echt fertig machen. Ich renne einfach hier durch. Ich renne nur hier durch. Was will ich denn? Ich bin einfach zu langsam für dieses Spielchen. Die wollte ich eigentlich nicht, aber warum nicht? Da schreit die aber was? Okay. Das war nicht nett. Den nehme ich mal mit. Für dich. Perfekt. Mittelpunkt. Mittelpunkt. Ich liebe Mittelpünkte. Oh. Und runter her kann ich garantiert nicht. Oh. Nicht in den Abgrund. Das schwingt total komisch. Ah. Ah. Wo bin ich gerissen hier? Wie ich hier glamourös mich durchschleiche. Ey. Wieso geht das nicht kaputt? Es war zu erwarten. Es dreht sich. Was bringt mir das? Ah. Okay. Toll. Toll. Verpiss dich mal. Oder auch nicht. Geht doch so. Eine uralte Idee. In einem neuen Spiel umgesetzt. Die hole ich mir jetzt alle, glaube ich. Weil die so easy sind. Hab sie alle. Dankeschön. Leben, das ich nicht bekommen habe. Wunderbar. Ich hab's zu spät gesehen. Boah. Ich bin immer noch nicht getroffen worden. Bin ich hier? Okay. Ich sag nichts mehr. Da komm ich durch, geil. Aber ich komm noch nicht hoch. Ist doch super. Nicht runter. Nicht zu weit runter. Ich muss hier weiter. Ich will jetzt nicht sterben. Ich will den Kram nicht nochmal machen müssen. Einfach nur durch. Mittelpunkt oder Ende. Irgendwas. Wie soll ich jetzt bitteschön da durchkommen? Oh shit. Jetzt. Ähm. Wehe. Du kommst da jetzt. Ah. Okay. 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 Was? Muss ich da hoch? Da oben ist bestimmt ne Münze. Aber ich will sie trotzdem, weil ich Bock drauf hab. Zu sterben. Nein. Es ist so schwer geworden, das Spiel. Ich mach keinen Spaß mehr. Gibt's hier irgendwo nen Pils? Pils. 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 Du klein Sammy. Ja. Jetzt bin ich groß, Sammy. Juhu. I'm groß. Jetzt muss ich den Kack nochmal machen. Und ich bin klein. Das heißt, ich bin sowieso verloren. Oh shit. Oh shit. Münze. Pils. Pils, 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 pils. Pils. Och, ich mag den Kram ja nicht. Und darüber. Und darüber. Und spring. Die Rotmünzen ignoriere ich erst mal. Obwohl. Gibt ja Leben. Leben kann ich gebrauchen. So schwer, wie der Kram hier geworden ist. Leben krieg ich das jetzt vielleicht? Blume? Warum kein Leben? Das gab doch sonst immer ein Leben. Okay. Warum nicht? Wenn ich die irgendwie abschießen könnte, wäre das doch cool. Ist das ein Act hier? Ein Kuddelmuddel. Und durch. Kann ich abschießen? Ja, ich kann sie abschießen. Dankeschön. So. Auf die Scheiße ich jetzt mal gekonnt. Und verpisst mich hier. Was für eine Musik übrigens. Eine neue. Aber irgendwie brennt die sich nicht ins Ohr ein. Einfach nur so mal nebenbei Musik. Hui. Ja. Leben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Spiel ist so hart geworden. Ich habe Angst vor dieser Pflanze, die da rumläuft. Bestimmt irgendwie so ein Endgegner. So ein Gegner mit full power. Komme ich zum Pilzhaus? Ah, sie läuft, sie läuft. Ähm, hoch. Scheiße, ich will außen rum. Ich will dir nicht begegnen. Scheiße, okay. Ich habe keine Wahl. Gut, kämpfen wir eben. Oh. Ähm. Mal gucken, wie lange die Ferbdingung noch hält. Noch ist sie nicht leer. Einfach mal abwarten. Ich kann doch schon abschießen. Warum mache ich das nicht? Weil ich zu schlecht ziele. Gewonnen. War doch nicht so schwer, wie je gedacht. Yay. Eins, zwei, drei. Pilzköpfe. Die haben mich aus irgendeinem Grund wachsen lassen. So ist Mario eben. Peace out. Noch mehr Items. Jetzt macht das Spiel wieder Spaß. Nur nicht, wenn es jetzt wieder dieses, denkst du es, dieses Puzzle ist es. War klapp. War klar, nicht war klapp. Oh. Oh. Du, du, du. Perfekt fängt das an. Haha. Ich will mich gerade so verarschen. Hier links ist jetzt auf dem Chip keiner mehr, oder? Darf man jedenfalls hoffen. Oh. Gut. Gut, Sam. Hast du wunderbar hingekriegt. Du bist echt ein Glückspilz. Gehen wir nach oben? Ey, ist das ein Gegner, der Wickler? Hoffe mich nicht. Da unten ist ein sehr unschönes Level. Ich glaube, ich werde es einfach überspringen. Das ist ja eh nur optional. Ich komme ja über beide Wege zum Schloss. Also zum ersten Mal werde ich ein Level überspringen. Weil es einfach so brutal geworden ist zu spielen. Ich werde jetzt nicht noch so ein Gift-Level machen müssen. Denn ich komme ja auch so zum absoluten Endgegner. Oh shit, ein Riesen... Jetzt ist es doch schon Gift. Ich dachte, es wäre ein anderer Level wert. Das ist unfair. Ah! Du Scheiße! Die ich nicht zerstören kann. Kann ich drauf springen? Weiß ich nicht. Ich will es nicht ausprobieren. Ich will nur hier durch. Okay, du! Wie geht es dir so? Wie geht es dir so? Was macht die Familie? Komme ich hier irgendwie... Ich kann drauf springen. Sehr schön. Kommt der jetzt schon wieder? Nein, Glück gehabt. Ich glaube, ich muss hier auf ihn springen. Ah, es geht doch. Ey, dieses Spiel ist... Es hat überproportionale Dimensionen angenommen. Die mir nicht sehr gefallen. Sterbe ich jetzt. Das war zu befürchten. Denn Gift ist giftig. Wer hätte das gedacht? Kann ich mir irgendwas hier nehmen? Ich nehme mir einen Pils. Vielleicht hilft der mir ja irgendwie. Ich bin so fertig heute. Gleich eine Stunde aufgenommen. Und noch nie so viel Angstschweiß vergossen in diesem Spiel. Wie heute. In dieser einen Stunde. Wir kommen da durch. Schade. Er wird rot. Er wird schüchtern. Nein, er wird wütend. Denn rot kann zwei Emotionen ausdrücken. Schüchternheit und Wut. Oder Feuer. Ah! Den habe ich vergessen. Den habe ich vergessen. Tut mir leid. Kann ich dich irgendwie austricksen? Ja. Ich habe keinen Bock, wieder zurückzurennen. Komme ich jetzt hier... Ne, kommt euch nicht. Ich dachte, ich bin schnell genug, um... vor dem hier durchzukommen. Aber kein Problem. Warum gehst du direkt in den Gift und stirbst nicht? Kommt ihr erst mal runter, bitteschön. Ihr nervt nämlich. Wie soll ich denn jetzt... Okay. Uh! Ich habe Angst gehabt, dass es klappt nicht. Da war der Mittelpunkt. Natürlich, direkt vor dem Mittelpunkt bin ich verreckt. Und jetzt wieder. Weg mit dir. Oh! Was zum Teufel? Muss ich da hoch? Will ich da hoch? Ich glaube, ich will da hoch. Denn hier sind gefährliche Würmer. Oder Raupen. Ich kann nicht auch. Gut. Ey, die verfolgen mich. Weg hier. Und noch mehr. Renn. Renn, Mario. Denn es hänge dein Leben davon ab. Denn es hängt ja auch davon ab. So. Geschafft. Die beste Taktik ist immer noch. Einfach durchrennen. Oh yeah, Mario-san. Fast 10 Leben wieder. Und glaube ich, wie ich bei diesem Schwierigkeitsgrad mich immer noch so gut halte mit den Leben. Ich glaube aber, dass wir sich nicht fortsetzen, dieses Können. Nenne ich das einfach mal. Oh! Kranken. Gut, wie gesagt, das Level unten links überspringe ich. Weil es einfach nicht sein muss. Ich will schon nochmal meine 30 Jahre erreichen, bevor ich hier an Angstschweiß verrecke. An einer zu übergroßen Portion Angst. Wegen Mario. Das darf ich keinem erzählen. Dafür gibt es bestimmt keine Rente, wenn ich irgendwelche Invaliden-Rente beantrage. Ah! Hoch da. Ah! Nicht in die Stache. Ah! Ah! Was war das denn? Er rutscht und rutscht und ich muss warten. Komm nicht näher. Komm nicht näher. Wehe, du kommst näher. Ah, ich kann einfach rüberspringen. Scheiße, oder ich darf mich treffen. Hm. Hättest du dir so gedacht, ne? Ich kann nicht mal schießen. Ich kann nicht mal schießen. Was bin ich denn für ein Blödmann? Wie soll ich denn jetzt da hochkommen? Ach so. Sagt mir das doch gleich. Ähm. Ah! Bepiss dich. Hier komm ich nicht hoch. Hier komm ich nicht hoch. Ah! Wehe, du triffst mich. Wehe, du triffst mich. Ich muss da hoch. Schnell. Diesmal hab ich es geschafft. Diesmal hab ich es geschafft. Nicht nochmal. Die Münze ist mir scheißegal. Dieses 100% ist für den Arsch. Wird so überbewertet. Ich will einfach nur hier durchkommen. Gut. Die Münze ist doch cool. Wie soll ich denn jetzt? Okay. Eine Runde warten einfach. Ich mag dieses Crawling-Levin schon mal. Einfach warten müssen. Dann komplett zu stacheln aus dem Nichts und zerstören einem alle Träume und Hoffnungen. Die gehören echt abgeschafft. Der Programmierer, der die entwickelt hat, der hat ein schweres Problem. Ich dachte sich so, hey, mein Leben ist doch scheiße. Jetzt zeige ich den Leuten mal, was es heißt, ein blödes Leben zu haben. Hoch da. Und jetzt muss ich das mitnehmen. Was? Wie soll ich das denn mitnehmen? Wie soll ich denn überhaupt hochspringen? Ah, okay. Ich muss wieder mit der linken Tant auf der Wimod rumfummeln, springen. Es ist so brutal, diese Steuerung. Das kann doch nicht normal sein. Ey, werf doch nicht. So. Gut. Ich muss in die Mitte kommen, aber... Ey, die Zeit wird irgendwann wieder eng, deswegen muss ich bei allen. So. Und so. Es ist schwer, mit zwei Händen auf einer Wimod und dann mit dem Daumen das Nunchuck bedienen. Okay. Eine Runde warten. Und der schmeißt es einfach manchmal runter, obwohl ich gar nicht den Knopf loslasse. Gut. Das kann nie und immer normal sein, diese Steuerung. Ich müsste echt mal ein Bild davon machen, wie das aussieht, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. So. Und ein zweiter springen. Okay. Warten. Und dann muss ich es weiter mitnehmen, glaube ich. Oder brauche ich es überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Gut. Perfekt. Perfekt. Sam, du bist der Beste. Du bist echt pro. Zum Glück ist gerade der Mittelpunkt da gewesen. Ich versuche es mal ohne, vielleicht brauche ich es doch gar nicht. Ich habe die Hoffnung, dass ich es doch auch so schaffe. Aber nicht so. Ich muss da links auf dieses Teil drauf und eine Pause machen. hier nämlich. Aber ich glaube, es geht auch ohne. Es wäre brutal, wenn ich den ganzen Weg mit meinen verkrüppelten Handtechniken da hochgehen müsste. Oh, das war blöd. Ich glaube, da oben ist es sie. Ich glaube, da oben ist es. Lach nicht so blöd. Dir, dreh dich gleich schon in den Hintern. Gleich geht es ja in den Kragen. Übrigens, am Anfang dieser Aufnahme, okay, ich, ich bin gespannt, ob diese V-Mod noch hält. Am Anfang dieser Aufnahme sagte ich was von dieser Woche das Spiel durchschaffen. Das können wir vergessen. Aber vielleicht klappt es ja noch diesen Monat. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so anzieht. Niemals. Bisher war es so spaßig, kindermäßig. Und hey, juhu, ich mache das mal eben kurz in 10 Sekunden, das Level, und dann war es das. Aber jetzt? Also, wir können es vergessen. Es dauert noch ein paar Parts, dieses Spiel. Ui. Komm nicht näher, komm nicht näher. Okay, komm doch näher. Es ist doch kein Schloss, das ist einfach nur springen und hüpfen und blub. Kaum Gegner und da ist das Ziel. Jetzt will ich ihn schaffen, ich will den Scheißen noch mal machen, komm. Boah, wie der aussieht. Hi, Schorsch. Schorsch mit einem wundervollen Arsch. Okay, er schießt schneller als Wendy, definitiv. Aber, das kann mich nicht irgendwie aufhalten. Ui, bist du schlecht, du bist so schlecht. Erst im Endschloss wird der bestimmt brutal, aber jetzt ist er echt easy. Die Plattformen machen wir überhaupt nichts. Das war knapp, aber wie gesagt, die machen mir gar nichts. Ich bin immer noch groß, ich will auch groß bleiben. Ich will dem jetzt echt mal zeigen, was stolz ist. Jep, und das habe ich jetzt. Bam. Ich glaube, ich muss doch nicht von einem Schorsch unterkriegen. Ein Schorsch mit grünen Haaren, du Möchtegern-Punk. Punkschildkröte. Wir sehen uns gleich wieder, blöder Schorsch. Oh nein, Geisterhaus. Oh. Gut, ich speichere jetzt aber erstmal ab und mache eine Pause. Eine etwas längere Pause, bitteschön. Mindestens 12 Stunden. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.